Gut, genau. Und meinst Gerede, die... Gerede, die hat Guten Morgen geschrieben. Nee, ich meinte Black X. Ja, 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 alles gut, das war separiert. Achso, ah, okay, okay, ich dachte, das bezog sich noch darauf. So, äh, geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's, oder? Hoffen wir es. Ja gut, erstmal kommt natürlich noch der Vorspann, äh, das... Die Freundin wird entführt. Also von, die Freundin von Sir Arthur, den wir hier spielen. Und los, okay. Ähm, ja, Spielprinzip ist relativ schnell erklärt. Man läuft halt, man kann springen. Hier in dem Teil gibt's übrigens keinen Doppelsprung. Es gibt, äh, so ein paar, äh, Ghost & Ghosts, beziehungsweise Ghost & Goblins Spiele, bei denen es auch einen Doppelsprung gibt. Hier noch nicht. Ähm, ja, deswegen haben wir halt nur einen normalen Sprung, das normale Laufen. Und wir haben, äh, eine Waffe, in dem Fall, im Moment die Lanze. Äh, es gibt noch ein paar andere Waffen, geh ich aber nachher nochmal drauf ein. Und das Prinzip ist einfach von, von links nach rechts oder teilweise auch von unten nach oben durch die Level durchzulaufen. Also ist nicht immer strikt von links nach rechts alles. Äh, wir haben am Anfang eine Rüstung gehabt. Jetzt haben wir übrigens auch wieder eine. Sobald wir mit der Rüstung einmal getroffen werden, verlieren wir die Rüstung. Wenn wir dann nochmal getroffen werden, solange Arthur halt da in Unterwäsche rumrennt. Oder in Unterhose, um genau zu sein. Ähm, ja, sobald wir dann getroffen werden, sterben wir. Und das wollen wir natürlich nicht, logischerweise. Logischerweise. Ähm, kann man hier auch die, die Amos upgraden? Äh, nein, kann man hier in dem Teil noch nicht. Das kam auch erst in den späteren. Also falls jemand, äh, Ghosts and Goblins noch nicht gehört hat, aber Ghouls and Ghosts, das ist halt quasi dasselbe. Nur die Ghouls and Ghostsinger, das sind halt Ableger für andere Plattformen. Aber es ist prinzipiell dasselbe. So, äh, erstes Level haben wir geschafft. Es gibt insgesamt sechs Level plus, äh, ja, technisch gesehen noch ein siebtes Level. Das ist aber nur noch der letzte Bosskampf. Ähm, und wir haben die Kategorie Two Loops. Wie man oben, äh, ja, unter dem Titel ganz gut sieht. Two Loops bedeutet einfach, ähm, es gibt in dem Spiel ein falsches Ende, wenn man einmal durchgespielt hat. Dann kann man aber das Ganze nochmal durchspielen und dann kriegt man erst das wahre Ende zu Gesicht. Ist im Endeffekt genau dasselbe. Halt, wir sehen im Grunde den ganzen Run zweimal. Ähm, aber, ja, dann haben wir halt das, das wahre Ende. So, okay, das, das war jetzt ein bisschen doof, dass er da die Rüstung verloren hat. Äh, weil, ähm, also das war eben so ein bisschen RNG abhängig. Die Gegner bewegen sich halt immer so ein bisschen nach RNG. Jetzt muss er da einen kleinen Umweg gehen, um eine Rüstung nochmal aufzusammeln. Und zwar da, weil er da, äh, oben rechts jetzt gleich einen kleinen Skip machen wird. Damage Boost wahrscheinlich, ja. Genau, Damage Boost, und zwar stellt er sich an diese Wand, lässt sich vom Vogel treffen und ist oben auf der Kante drauf. Ansonsten hätte er da den ganzen Weg runter gehen müssen. Ich zeig da gerade mit dem Finger hin, ihr seht das noch gar nicht. Wow. Egal. Ähm, werden wir in einem späteren Level auch öfter noch sehen. Da sieht es sogar noch ein bisschen komischer aus. Aber, äh, ja, grundsätzlich ist, ist das schon so ziemlich der, äh, ja, das ist eigentlich der größte Trick, den es in dem Run gibt. Was ich halt super genial finde, dass du die Firebrands siehst, ne? Die hießen auch die Gargoyles, ja, oder Firebrands hießen sie. Ja, ja, Firebrands. Äh, stimmt. Auf die bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, obwohl man sie schon gesehen hat. Übrigens hier der erste Boss das zweite Mal und diesmal in doppelter Form. Da sind sie sehr, sehr kreativ gewesen. Allgemein, was die Bosse angeht, da gibt es, äh, ein, zwei, drei verschiedene plus den letzten Endgegner. Oder waren es vier verschiedene? Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Ähm, auf alle Fälle nicht, nicht allzu viel Variation. So, Level 3 ist, äh, so mit das schwerste Level im ganzen Run. Ja, einfach, man sieht es am Anfang schon, es ist halt eine ganze Menge los. Man muss halt, äh, sehr präzise springen, sich duken, was auch immer, je nach Situation. Ähm, und in dem Level ist es halt besonders schlimm. Das Geld ist übrigens nur, äh, Punkte wahrscheinlich. Genau, nur Punkte, das bringt einem so überhaupt nichts. Man hat unendlich Gratinius, aber gut, das sollte in dem Run hier keine Rolle spielen. Ähm, ja, was, was er eben auch schon erzählt hat, äh, ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt halt noch verschiedene Waffen neben der Lanze. Ähm, es gibt auch die Fackel und die hat er jetzt bewusst nicht eingesammelt. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Fackel scheiße ist. Er würde sie wahrscheinlich, ja, äh, ich sag auch gleich warum. Er würde sie wahrscheinlich aber später trotzdem einsammeln, weil die gegen diese, äh, Firebrands hier, also gegen diese roten Dämonen, ähm... Gargoyles. An, an, ja, Gargoyles, äh, Gargoyles, Demons, ist, ist ja egal. Nee, auf alle Fälle, ähm, gibt's da bestimmte Techniken mit denen, äh, bei denen die Fackel halt gegen die besonders gut ist. Wichtig zu wissen ist, dass, ähm, egal welche Waffen man hat, die machen alle gleich viel Schaden. Äh, nur die, 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 ja, ja, die machen tatsächlich alle gleich viel Schaden. Äh, die Lanze, die kann man halt nicht ganz so schnell werfen. Ja. Na, aber das ist so, so ein gutes Mittelding. Die beste Waffe, so grundsätzlich, ist der Dolch, weil man den ganz schnell werfen kann. Ähnlich wie bei Castlevania übrigens. Mhm. Äh, und deswegen kann man halt, äh, pro Sekunde mit dem trotzdem noch mehr Schaden machen, wenn man halt schnell genug die entsprechende Taste drückt. Ich weiß, vom Einser gibt's eine Art Remake, ich glaub auf dem SNES, kann das sein? Äh, es ist kein richtiges Remake. Ja, oder halt nur eine Auflage. Ja, ja, es ist basiert darauf. Es gab aber auch auf dem Mega Drive, also Genesis Mega Drive, ähm, gab's halt auch was. Hier sieht man übrigens jetzt gleich so einen kleinen, äh, ja, Glitch, der an sich in dem Moment überhaupt nichts bringt. Wow. Das sieht halt einfach witzig aus, der steht einfach in der Luft jetzt, ja. Aber wie gesagt, das bringt überhaupt nichts, weil er eh auf der Plattform da drunter landen muss. Mhm. Und da hätte er auch genauso gut unten stehen bleiben können. Nee, deswegen meine Fragen beim Rüstungs-Upgrade, weil das hatte ich halt schon mal gesehen bei einem, äh, äh. Ja, ja, hm. Nee, das, das, äh, also auf dem Mega Drive gab's das auf jeden Fall. Äh, auf dem SNES glaube ich auch, aber da bin ich mir grad nicht hundertprozentig sicher. Okay. So, ähm, ich bin ja gerade bei den, bei den Waffen gewesen. Ich will mal Sub-Weapons sagen, wegen, wegen Castlevania. Ja, das sind ja hier keine Sub-Weapons, sondern das sind ja die Hauptwaffen. Ähm, da hat man's bei der Flamme gerade gesehen, die, äh, wenn man die auf den Boden wirft, dann brennt die halt noch eine Weile. Klingt erstmal geil, ist aber ziemlicher Scheiß, weil man in der Zeit keine weitere Flamme werfen kann. Wow. Und da ist man halt wehrlos. Deswegen gilt die, äh, Flamme halt als so ziemlich die schlechteste Waffe im ganzen Spiel. Und es gibt noch den Schild, ähm, werden wir später auf jeden Fall auch sehen, weil man den letzten Boss nur mit dem Schild besiegen kann, was man auch erstmal wissen muss. Was auch ziemlich fies ist, meiner Meinung nach. Ja. Ne, auf alle Fälle, äh, der Schild, der, äh, ja, ähnlich wie die Lanze, sag ich mal so. Also da gibt's keinen großen Unterschied. So, jetzt werden wir hier den nächsten Damage Boost sehen. Und zwar lässt er sich da einmal treffen und kann die Plattform direkt hoch. Ansonsten hätte er da rechts jetzt Ewigkeiten lang gehen müssen. Okay, die Dings hat er nicht. Ach ja, die, die Axt. Die Axt gibt's ja auch noch, ja, die, die ist halt auch ziemlicher Mist, äh, einfach weil die in einem sehr blöden Winkel geworfen wird. Und, äh, die geht durch Gegner durch, also kann mehrere Gegner nacheinander treffen, was natürlich auch erstmal cool klingt. Aber, äh, das bedeutet auch, dass die, wenn sie einen Gegner trifft, nicht sofort verschwindet. Sprich, man kann halt nicht sofort die nächste Axt werfen. Dann bist du ja jetzt wieder ausgeliefert, ne? Ja, ja, eben. Ähm, bei der Axt muss man halt auch relativ lange warten, bis, bis die dann halt, ähm, ja, bis man da halt die nächste werfen kann. Ja. Nicht ganz so schlimm wie die Flamme, wenn sie auf dem Boden aufkommt, aber trotzdem noch ein Erfisch. Ja, klar, aber das kann sich halt trotzdem hochzugs Leben kosten. Ja. Eben. So, nächster Boss. Nämlich fetter Firebrand. Der ist übrigens, genau, der ist übrigens immun gegen die Axt. Das wusste ich jetzt bis eben auch noch nicht. Ich hab's gerade im Mainstream gehört. Ja, aber auch ich lerne da noch was Neues dazu. Ja, wow, weißt du, dann kriegst du die Axt kurz vor dem Bossen am ganzen Schiff. Ja, ja. Geil. Wobei, äh, das ist RNG. Welche Waffe wo kommt. Also so ziemlich, ich glaub, einige sind immer vorgefertigt. Also da steht's fest. Ähm, zum Beispiel der Schild. Oder hier, da eben diese Lanze oder die, ja doch, Lanze. Äh, die gibt's halt nur da. Ja. So, hier muss er jetzt ein bisschen warten, bis der Gegner auf ihn zu gerannt kommt, damit er sich da hochboosten kann. Oh, da und ein Schild? Ja. Und den, den Schild wird er jetzt auch einsammeln, aber erst nachdem er den Gegner dann besiegt hat. Okay, er schmeißt einfach ein Schild, okay. Genau. Ja, ja, er schmeißt einfach ein Schild. So, und hier wird er jetzt, äh, die Rüstung einsammeln. Ah, und, äh, äh, ah, okay. Ah, das, das war jetzt blöd. Er wollte nämlich eigentlich auf die linke Seite und da einen Damageboost nach oben machen. Da hätte er jetzt den ganzen Abschnitt in der Wand hochspringen können. Sehen wir vielleicht im zweiten Durchlauf nachher. Wie gesagt, wir werden's ja eh zweimal sehen, das Ganze. Das ist halt wieder cool mit dem Two-Loop. Ja, ja. Oh, da ist er gestorben. Ja. Ja, das passiert halt mal. Aus welchem Jahr ist das Game? Äh, 86. Genau. Steht auch oben links im Overlay, also im Layout drin. Release the Ear. Genau. Ah, die, 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 die andere Waffe behältst du auch, okay. Ja, die, die behält man auch. Das ist übrigens auch der einzige Unterschied beim, beim zweiten Loop nachher. Da man ja den letzten Boss eh nur mit dem Schild besiegen kann, ähm, hat man halt logischerweise am Ende des Spiels und damit zu Beginn des zweiten Loops auch den Schild wieder. Okay. Ich will im, ich wollte gerade das Schild sagen, verdammt. Ah, das wäre es mir wirklich fast passiert. Und jetzt, da nochmal rüber. Okay, er versucht es gar nicht erst. Okay, das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Na gut, aber dann hat er jetzt hier wenigstens, äh, die Rüstung auch noch in dem Abschnitt. Okay, er versucht nochmal einen anderen Boost, der wohl ein bisschen leichter ist, aber halt auch länger dauert. Den kenne ich jetzt selber nicht, weil, weil ich den halt in seinem Run nicht gesehen habe. Da hat er ja logischerweise den, den eigentlichen Damage Boost gemacht, den, den er beim ersten Mal hier auch probiert hatte, erfolglos. Oh, okay, hey, der war doch jetzt gar kein Boost. Egal. So, bei den Gegnern, äh, wird er jetzt ausweichen am Anfang und sich ganz nach rechts stellen und umdrehen und einfach nur werfen. Die kommen da nämlich nicht hin. Die sind ihm jetzt hilflos ausgeliefert gewesen. Ja, gut, ausnutzen, äh, der Spiele gegebenen hatte. Genau. So ungefähr, ja. So, und dann sind wir jetzt beim Finale... Hä, Moment. Moment, ja doch, ja, mein finalen Boss, ja, das war Level 6, eben, genau. So, und der wird jetzt, äh, am Anfang über uns rüberfliegen. Äh, Quatsch, nee, das war ja der letzte Boss, Entschuldigung, ich hab bloß nicht erzählt. Ähm, nee, der, der schießt halt einfach auf uns. Und wie gesagt, den kann man halt nur mit dem Schild besiegen. Und wenn man mal bedenkt, dass, dass das Schild eigentlich eine ziemlich miese Waffe ist und man den als, als Anfänger von dem Spiel, äh, gut, als Anfänger kommt man eh nicht bis dahin, davon mal abgesehen. Aber, äh, dass man, wenn man halt, äh, weiß ich, äh, den, den Dolch die ganze Zeit hat und dann beim letzten Boss plötzlich steht und, und merkt, na, der Dolch bringt einem gar nichts bei dem. Na klar. Ist natürlich ein bisschen doof. So, und, und wie gesagt, also der zweite Durchgang ist im Grunde dasselbe. Achso, ah, okay. Yo, der Attack-Speed, also der Speed ist nicht schlecht. Ja. Ähm, es sind übrigens ein paar mehr Gegner jetzt. Also, äh, es ist halt ein bisschen, es wird halt ein bisschen härter, aber prinzipiell ist es halt genau dasselbe wie beim ersten Mal. Okay. Wir sehen dieselben Level wieder und, äh, ja. Nur quasi ein bisschen schwerer bei mehr Gegnern. Genau. Ich bin auch der Meinung, dass es bei einigen, äh, Ghouls & Ghosts, Ghosts-Teilen, ich glaube auf dem SNS sogar, das Ding, dass es da so gewesen ist, dass man beim ersten Mal durchspielen eine besondere Rüstung bekommen hat. Und wenn man mit dieser Rüstung dann durchgekommen ist, sprich im zweiten Durchgang nicht einmal getroffen wurde, erst dann hat man das richtige Ende gehabt. Wow. Ich glaube, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das wäre hart. Also, da muss das Spiel auch wirklich gut beherrschen. Oh, ja. Aber zum Glück ist es hier nicht so. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch sehr Marathon-untauglich. Zumindest im Two-Loop. So, da haben wir nochmal den ersten Boss. Schlüssel einsammeln. Den Schlüssel müssen wir übrigens immer tatsächlich physikalisch einsammeln, sprich, wir müssen ihn berühren. Ich finde es übrigens immer so niedlich, wie er sich am Ende freut. Die Arme hoch. Ja, ja, hö. So, dann geht es jetzt wieder ins zweite Level. Logischerweise. Das war eigentlich so eine Aussage, die war vollkommen unnötig gerade. Typischer wenig. Ja, ja, ich weiß. So, da einmal rüberspringen, hier runterfallen lassen, springen. Die Plattform da ist auch ein bisschen fies. Wie ist denn das, das Gameboy-Spiel, wo du Firebrand gespielt hast? Gargoyles-Quest? Gargoyles, genau. Gargoyles-Quest, genau. Bin ich auch damals verzweifelt auf dem Gameboy-Spiel. Nee, also diese Firebrands, also diese roten Dämonen, so ziemlich die nervigsten Gegner hier im ganzen Spiel, die sind damals so beliebt gewesen. Ah, okay, das sind dann Mitspruchs, die ich selber noch nicht gesehen habe. Aber so ähnlich funktioniert der im sechsten Level auch später. Mhm. Okay, aber das war cool. Ich weiß gar nicht, warum er den sonst nicht macht. Ach so, ja klar, weil im zweiten Loop ja mehr Gegner kommen. Und da kam nur dieser eine, also nur da kam dieser eine Gegner, den er da verbrauchte. Ähm, ne, was, ach so, hier wegen dem Firebrand, also wegen diesen Dämonen. Also die sind damals halt so beliebt und so kultig gewesen, dass sie halt eine eigene Spielereihe bekommen haben. Die war sogar echt sehr erfolgreich. Ja, ja. Die war auch gut, davon mal abgesehen. Also nicht umsonst so erfolgreich geworden. So, äh, ja. Und sonst aktuell more of the same quasi. Irgendwie immer dasselbe jetzt. Ähm. Ja, hier haben wir jetzt... Morgen, Worsi. Morgen. Also mit dem Dolch ist es übrigens, wie man hier schon ansatzweise gesehen hat, nochmal um einiges einfacher jetzt. Hey, ich freu mich. Ach so, ja, und was auch noch erwähnenswert ist, ich meine, gut, man sieht's ja auch, wenn man, äh, ein Level geschafft hat, kriegt man automatisch mal die Rüstung wieder. Guck mal, ich werd nicht mal begrüßt von Rossi. Puh. Nicht nur mit dem Kapper, aber so kennt man ihn. Aber immerhin wirst du begrüßt. So. Morgen, Fero. Moin, Fero. Ansonsten, äh, ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um irgendwelche Fragen zu stellen. Weil, wie gesagt, ist halt der zweite Durchlauf der, äh, genau dasselbe ist wie der erste, also, Arthur betet die Sonne an. Wow, Price the Sun. Ah ja, stimmt. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich auch, worauf das bezogen ist. Da ist übrigens Firebrand. Ich weiß gar nicht, ob der in dem Teil offiziell schon Firebrand hieß. Nee, 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 die hießen anders, äh. Ich glaub, die hießen einfach nur Gargoyles oder Demons. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Anleitung davon sogar schon gesehen damals und da stand der Name auch drin. Ja. Aber ich, ich bin mir grad selber nicht ganz sicher. Da hat er wenig wieder tagelang gebüffelt, um so viel Input zu geben. Nee, es waren, äh, 20 Minuten? Äh, Red Aroma hießen die. Ah, okay. Okay. Gut, danke dafür. Gerne, gerne. Nagakura, dann herzlich willkommen hier. Ja, willkommen. Das klang ihm so böse. Ja, willkommen. War's doch gar nicht gemeint. Ich weiß, ich weiß. Ah, tsch. So, jetzt kommen wir wieder ins Plattform-Level. Kennen wir auch vom letzten Mal noch. Ist ja erst 10 Minuten her. Ja, ja, eben. Aber wenn man mal überlegt, der ist mit 25 Minuten und effektiv wird das Spiel in der Zeit zweimal durchgespielt. Ja, das ist übel. Sinnbildlich für Speedruns. Ja. Wobei, das Spiel ist halt allgemein auch nicht allzu lang. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, weißt du, wenn man so guckt, dann denkst du dir, oh, ja, das ist eigentlich super einfach. Kannst auch mal zocken. Und dann, ja, weg ist es. Nix da. Also, ich hab mir ja das Let's Play von Funk auch angeguckt davon. Er ist da relativ gut durchgekommen. Es gab so ein paar Stellen, wo er richtig Probleme hatte. Das Ende, das hat ihm richtig Probleme bereitet. Es gibt übrigens, man sieht's oben links, es gibt übrigens auch ein Zeitlimit in dem Spiel. Macht natürlich im Speedrun jetzt keinen Unterschied. Wenn doch, dann sollte man das Spiel nicht unbedingt speedrunnen. Aber ich weiß, Funk hatte im letzten Level eine Taktik probiert, dass er halt erst das ganze Level gesäubert hat, dann den Schild eingesammelt hat und dann nach oben gegangen ist. Und da hat ihm das Zeitlimit wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht teilweise. Oh, moin, Glasperlentriegel. Die sollen mal... Ah, morgen, genau. Die sollen mal Battletoads-Speedrunen. Ja, wurde tatsächlich schon ein paar Mal gezeigt. Die verschiedenen Battletoads. Ja, von TMA. Genau. Das hatten wir doch beim... Beim GSM, wollte ich grad sagen. Nee, da war's bestimmt nicht. Wo war'n das das letzte Mal? Das ist doch nach dem AGDQ noch gewesen, ne? Ich glaube... Da war das auch im AGDQ. Mir kommt das so vor, als wenn das noch nicht so lange her ist. Ja. Auf dem S-Ende ist, äh... Oh Gott, Battletoads und Battle Maniac war das, glaub' ich, ne? Ich weiß es jetzt nicht genau. So, mal schauen. Ach, naja gut, jetzt kommt erstmal der, äh, Damage-Boost hier wieder. So, hat er geschafft. Der ist auch nicht allzu schwer. Also, wenn man das Timing halt drauf hat. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er, äh, den Goldsack da eben eingesammelt hat, ehrlich gesagt. Hm. Weil da ist er extra zu... Ich weiß es nicht. Aber da ist er ja wirklich, äh, extra hingerannt noch. Da hat er einen kleinen Umweg genommen für. Ich bin gespannt, wie das neue Battletoads wird. Ja. Ach, stimmt. Stimmt, da gibt's ja einen Neues. Ja, ja. So, ähm, ja, weiter geht's den Turm hoch. Laufen, laufen. Ich find allgemein die Animationen im Spiel so niedlich. Aber so typische NES halt. Stimmt, boah. Aber gerade die Stelle hier, da sind keine Gegner. Da ist, im Grunde ist es wirklich nur Hochrennen. Oh ja. Er ist Batman. Ah, das, das Problem bei, bei dem Boss, äh, also von, die Bosse haben, ähm, allgemein so, so einen gewissen RNG-Faktor, also das, das Muster, in dem die sich bewegen, das kann sich ein bisschen ändern. Und bei dem Boss ist es halt am schlimmsten. Weil der, äh, hoch oder tief fliehen kann am Anfang. Und wenn man dann halt keine Rüstung mehr hat, und normalerweise hat man da ja keine Rüstung, also zumindest im Speedrun nicht, weil man die ja hier an der Stelle verliert. Okay, das hat man ganz schön ins Auge, ne? Er hat den Geldsack schon wieder eingesammelt. Mhm. Vielleicht irgendeine RNG-Manipulation, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, aber, äh, na gut, hier ist noch ein Gegner, aber ab jetzt war es, glaube ich, schon gegnerfrei, ne? Komplett. Ja. Hallo? Ja, und, und, ähm, ja, deswegen ist halt der, der Boss halt ein bisschen tricky in dem Speedrun, einfach weil man halt ohne Rüstung bei dem ankommt. Moin, Rob, Walke. Morgen. Und wenn man Pech hat, dann, äh, fliegt der halt genau so, wie man es nicht haben will. Am Anfang. Ja. Gut, so, nächster Versuch. Mal sehen. Äh, ja, sieht gut aus diesmal. Obwohl, da hat er trotzdem ein bisschen Probleme jetzt, weil er... Äh, war ich halt immer ganz lustig für den Cup, weil, bei den alten NES-Spielen. Mhm. Weil so krass die Gegner manipulieren kannst du. Ja, ich laufe mal einfach ein Stück nach links, damit er aus rechts aus dem Bildschirm geht, aber fertig. Ja. Wo ist es halt? Es ist halt so genial. Das ist auch der, der Trick, ähm, bei Ninja Gaiden an dieser einen Stelle, ähm, die ich vorhin ja mal kurz erwähnt hatte, äh, dieser richtig schwere Sprung da in, äh, 6-2. Ja. Da kann man nämlich auch einfach, äh, ein Stück nach links gehen und dann ist der Gegner rechts aus dem Bild raus und dann kommt er auch nicht wieder. Dann ist er halt despawned. So, wieder der Damage-Spust. Ich finde das halt so genial, weißt du, da du merkst halt einfach, ja, bis den haben er mal programmiert, weiter geht's nicht, weil, ne? Ja, ja. Einfach zu viel Ressourcen frisst für den Cartridge. Richtig. So, hier wieder den Boss, also den Zwischenboss besiegen, der früher mal ein Endboss gewesen ist, Schild einsammeln und jetzt einfach wieder hoch. Also auch hier hat sich jetzt nichts geändert. So, er wird eventuell den, ja, er versucht. Nee? Nee? Ah, schade. Er hat gerade gesagt, I'll not give it a go. Schade, er versucht den Trick doch nicht nochmal. Also sehen wir jetzt wieder den längeren Weg. Naja, gut. Magathons safe. So, jetzt hat er da auch gerade ein bisschen Pech mit dem, äh, RNG bei dem Gegner. Moin, Risa Sentai. Moin. Äh, weil die bewegen sich halt immer, ja, mehr oder weniger zufällig nach links und rechts. Die versuchen immer so in Richtung des Spielers zu gehen, aber wenn sie halt über dem Spieler sind, kommt's immer drauf an, in welche Richtung die sich bewegen. Also es ist halt zufällig in welche Richtung, die sich bewegen, so. Oh, jetzt hat er, uh, uh, schafft er es? Ja, wow. Da wurde er fast nochmal getroffen von den Projektilen. Okay, da hat er ein bisschen Glück gehabt jetzt. Sah das eben nur so aus, oder kann er mit dem Schild Projektile wirklich vernichten? Äh, kann er vernichten damit. Okay. Hm? Stimmt, das hab ich vorhin nicht erwähnt, ne? Ich war mir gerade nicht sicher. Ne, das ist die Besonderheit vom Schild halt, dass man damit Projektile vernichten kann. So, und letzter Boss. Also, den sollte er jetzt eigentlich Probleme schaffen. Der ist jetzt nicht, äh, so schlimm. Ähm, das Tief ist ja auch okay. Der Tiefbuck bezogen. Achso, achso, ich dachte, das Spiel. Das Spiel ist nämlich nicht okay, das ist super. Und Time. Time, genau. Oh, immer noch unter Estimate, immerhin. Ja. Gut, die, die hat aber auch so, äh, berechnet, ähm, ja. Also er hat mit einkalkuliert, dass, dass der Trick da in Level, äh, 6, dass der nicht funktionieren wird. Der Skip. Na ja, so hätte der funktioniert, dann wäre er da, äh, ganz normal auf der linken Seite wieder nach oben geschleudert worden, ein Stück. Und dann hätte er immer weiter nach oben springen können. Durch die Wand halt durch. Da hätte er einen großen Teil überspringen können. Auf vielen Spielen, muss man sagen, ne? Ja. So, klipp, 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 fertig. Genau. Hallo, Atme, egal, Sif. Hey, Barrow ist einer der besten Tricksteam überhaupt, mit nur Beton. Da, da sag ich nichts gegen. Ich, die sind Barrow's, I try. Ich weiß nicht, die sind...